Wir haben uns daran gewöhnt, dass manche Dinge nicht beim ersten Mal funktionieren. Genau wie hartnäckige Flecken in der ersten Wäsche zu entfernen. Denn jetzt gibt es den ersten Fleckentferner, der den Namen Ariel verdient. Er hilft Ihrem Waschmittel, hartnäckige, frische und eingetrocknete Flecken bei der ersten Wäsche gezielt zu entfernen. Damit können Sie jetzt mehr Flecken beim ersten Mal entfernen. Der neue Ariel Fleckentferner. Mehr Flecken weg, dein ersten Mal.